hallo das ist das neue country boy ein ganz besonderes benio claw hammer und resonator in einem ich führe es erstmal vor wahnsinnig sustain nur wegen des klangs jetzt kommt das besondere eine zentrale anschlussschraube und der resonator mit flamet in einem stück und jetzt ein echtes open back ja das war's